Moin moin, was geht ab, Boysen? Gold! Euer FIFA DJ hier und zwar mit einem neuen Best-of-Video zu den Serie A Tots und hier eingeblendet, hier unten. Hier seht ihr wieder die Jungs und Mädels, die sich wieder zahlreich daran beteiligt haben. Ja, schaut selbst, was wir gezogen haben, für die, die gestern nicht live im Stream dabei waren. Und das erste ist jetzt kein garantiertes Totset, was gleich kommt, aber es hat für Herzrhythmusstörungen, für ein leichtes Zittern gesorgt. Ja, seid gespannt. Viel Spaß mit dem Video. So, Nosepack ist da. Ist da. Komm, ein Blauer wenigstens. Egal wer, Hauptsache Blau. Guck schon mal, wir umsteppseln gleich hier. Blau, ehrlich jetzt? Walkout? Tots? Ja, geil. Geil. Geil und das war das letzte Pack. Nee, ehrlich jetzt? Quatsch. Ehrlich jetzt? Das war das letzte Pack? Nee, ehrlich jetzt? Ja, ich glaube, wenn ich den jetzt selber gezogen hätte, wenn ich jetzt kein Chatpack gehabt hätte, hätte ich das auch gedacht. Mit der Nase? Ich bin gespannt. Komm schon, komm schon, bitte, 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 bitte. Nengulan, nein Ich habe nicht Nengulan 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 wäre halt richtig The Paul, oh nein Nein, wer ist, nein Ach, diese Argentinier The Paul ist gut, okay The Paul The Paul, ja The Paul Irgendwer meinte nämlich Hat gerade Nengulan, wow, der ist echt gut Geil Der ist echt geil Gut, man Stabil Toi, toi, toi Ich wünsche dir viel Glück Auch The Paul Na klar Nee, Gomez Alter Gomez Hammer Alter Geil Lomatico Richtig gut Musste mich nachher bloß nochmal dran erinnern, Basti Kann ich dann auf jeden Fall machen So, kommt Portugal Italien Torwart Oha Oha Donnarumma Das ist geil Donnarumma ist geil Donnarumma Mit der Nase Komm mit der Nase, Ronny Moins Nick Korea Ist das jetzt gut oder schlecht Komm, 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 komm Portugal Portugal Nein Nee, Ronny, du sollst eigentlich nicht spammen So oft Nicht so Oh, nee Nicht gut Donnarumma ist gut Donnarumma Aber GG Felix Alter Felix GG Warum ist das lila Hä, warum ist das lila Warum ist das grad lila Warum, warum ist das grad lila In rot ziehst du ihn auch nochmal So, Abfahrt Nächstes Dafür musst du Ronaldo, den roten Ronaldo in der SBC reintun, Felix Oh, Italien Nein Nein Doch, Itzo 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 Ist Ja, dann ist das doch top 100% Hat er ein gutes Habe ich einen guten Riecher jetzt Portugal, komm, Portugal Ah, Italien Itzo wenigstens Nein Den schlechtesten Digga Es war mir klar Irgendwann muss Der ist Müll Ja, den kannst du direkt wieder Ey, es tut mir leid Ah Dann drücke ich jetzt nur die Daumen Go, 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 go Komm, Portugal Ilic 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 Ne, 94 Bigtime El Sharabi geht aber klar El Sharabi geht richtig klar Portugal Oh, nee El Sharabi Warum auch immer der jetzt kein Warum auch immer der so einen komischen schwachen Fuß hat So Eins, zwei, drei Stück Holz Komm schnell vorbei Alter, wieso Die Party hat gerade richtig Äh, der Bildschirm war gerade Oh, jetzt haut es aber hin Ah, Italien Torwart Oh, Donnarumma Donnarumma Das geht Danke dir, Grinsmonster Und natürlich lieben Gruß nach Hamburg zurück So, Abfahrt Wir haben ja Wir hatten in der Vergangenheit schon ein bisschen Pech gehabt Hä Muriel Nee Zapata Wie komme ich auf Muriel Das ist ja eine Dings Eine SBC Bumm Bumm Da ist der Ronaldo Drin Oder Belgien Wäre auch geil Nein, Digga Na Aus, El Sharabi El Sharabi Ist okay Eins Zwei Drei Ich jag brauner Bär zieht Belgien Belgien Komm Belgien 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 Das wird am Ende wieder Italien Das war so klar El Sharabi schon wieder Scheiße Also Ja, okay Bitstück Holz Für Tom Pushen wir uns jetzt Dann schreibt er es Genau Das wäre am besten So wie Frankie gerade sagt Komm schon Oh, Sergio Ah, das tut mir leid Tom Es tut mir leid Dinge sind drei Für den Cristiano Ja, ich glaube Ich habe irgendwie Im Urin Dass wir den heute nicht mehr ziehen Weiß ich nicht Aber ein Nengolan wäre mal geil Argentin Ah, ist das Korea Ich finde den ganz geil Muss ich ehrlich Der ist halt vom Dribbling her Vom Schießen Vier, vier Sterne Skill Vier Sterne Schuss Finde ich den eigentlich ganz gut Daumen drücken Pusche dich Es wird mehr Haare als ich Auf dem Kopf haben Das Kind Ja, das glaube ich auch Ronny Oh nein Bitte, bitte, bitte Nein Nein Ne, aktivieren tue ich es nicht Aber Ich ziehe jetzt mit der Nase Ja, EE gönnt nicht so oft Aber vielleicht jetzt Komm schon Belgien Nein Nein Ja Das ist gut, man Das ist Das ist egal Der ist trotzdem gut Zudem gucken wir uns auch nochmal an Jawoll Jungs Es ist eine Ehre an dich Du bist Da habe ich auch gesehen Dass du noch geschickt hast Du bekommst auf jeden Fall auch noch dran Versprochen Hoch und heilig Ja, she nice Dann muss ich Oh nein 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 Ah, Digi Das tut mir leid Oh, das ist bitter Tiri Jiu ist echt bitter Okay Warte She nice Der ist auch VIP bei mir Mod bei mir Wir pushen uns So Jungs Sergio nicht Donnarumma Sir Giu Also ich will ehrlich sein Das ist SBC Futter Nicht mehr Mehr und nicht weniger Das ist SBC Futter Abfahrt Komm, bitte, bitte Wie geht's Stück Holz? Hervorragend Wenn es mal was produzieren würde Komm, Belgien oder Den Oh, wie der Italien Ich könnte kotzen Bitte wenigstens Cellini Itzo Itzo ist okay Sind sie eine Macht Für Marvin Wow Jetzt ist ein Stück Holz runtergefallen Was erlauben Teacher? Was erlauben Teacher? Ob das Hat es sich erschrocken? Das Argentinien Abde Paul Komm Marvin Den ist okay Der ist okay Der ist in Ordnung Ich kann Übermixer Das müssen wir mal ausprobieren Soll ich vorher Das Silberset öffnen Hier? Achso, du hast schon gezogen Jetzt Alles gut Vielleicht ist es ja was Gutes Nein Es hackt Es ist bei mir gerade weg Das Bild ist schwarz Nein, Digga Die Verbindung ist abgebrochen Was? 12 Sekunden später Ich wünsche dir trotzdem Noch einen schönen Abend Mein Lieber Hallo? Großer, ich wünsche dir trotzdem Noch einen schönen Abend Ärger dich nicht zu doll Mit der Nase Moin Leon Grüß dich mein Lieber Und Jungs Lasst gerne noch ein Like da Damit wir zumindest Die 100 voll machen Auf Ehre Oh nein Italien Tor Oh nein Bitte wenigstens Nein Serious Sagen wir mal so Es ist besser als Lanzini Ne, als Lanzini Besser als Lazzari Und besser als Manzini Jetzt habe ich die schon Vermixt Vom Namen her Hauptsache Ja, so ging es mir Also 87er ist halt Mist Den Rest kannst du halt immer noch Dann in Hoffnung Aufs League of Tots Oder so Oder aufs Best of Tots Ah, Italien El Charabi Bin ich mit Also Finde ich Finde ich Finde ich okay El Charabi ist Guck mal Er guckt sich selbst an Und freut sich Geiler Typ Ich mach mit meiner hässlichen Narbe Ich sag Quarkarelle Ist da drin Finn Warte Ja Ähm Kevin Ja Mach ich gleich Nein Charabi wieder Alter Wie oft ziehen wir den dann Bist du damit zufrieden Ja, weiß ich Was muttert Meine Oma sagt immer Was muttert mut Mit Nase Tony, hau rein Mach ich sofort Basti, du bist ja gleich dran Du kommst ja noch sogar Vor Ronny dran Oh, Italien Nein Nein Abfahrt Nicht lang schnacken Abfahrt Für Basti Auf Ehre Basti kriegt jetzt Negolan Komm schon Belgien Nein Naja El Charabi Basti Es tut mir leid Jo ihr Lieben Ähm Ich hoffe das Video hat euch gefallen Ähm Und Schreibt Auf jeden Fall In die Kommentare rein Wen ihr so gezogen habt Ich weiß von einem Abonnenten Der hat Ronaldo gezogen Grüße gehen nochmal raus GG dazu Und Ja Lass gerne noch ein Like da Würde ich mich drüber freuen Und Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.